herzlichen glückwunsch an alle die heute geboten herzlich willkommen bei red.gambl ich spiele heute mecharena heute ist montag und wir haben noch vier stunden zeit dann läuft die dingens aus wie das bewerb für das wochenende für die woche also spielte es jetzt 3 uhr 20 also um 7 uhr 40 endet immer mecharena also der spieltag der aktuellen spieltag ich spiele jetzt mecharena wettbewerb also dann viel spaß ich habe mich vielleicht noch ein bisschen verstopft dann weil ich bin noch ein bisschen krank wochenende lag ich flach passiert mal aber das soll uns ja nicht hindern an dem spiel hier jetzt gerade so einmal dinge kiltsch dir rüberlaufen auch noch Oh ja. 3K ist halt wenigstens schonmal. Nimm ich jetzt den hier. Och ne. Och ne. Dann nehm ich jetzt ihn hier. Schnell verstecken. Oh ja. Da ist ein Shadow. Oh ja. 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 udost streamiges und kräftige So, ein Mist. Den Kahn habe ich nicht bekommen. Aber egal. War eine sehr gute Runde. Oder eine gute Runde. sehr gut wäre natürlich wenn ich noch mal 1 wäre 1 1 4 genau so sieht es aus dann würde ich mal sagen wie geht es weiter mit der nächsten runde erstmal noch unser pool position anschauen langliste gut dann gleich und die nächste runde geht los den morgen zuerst damit ich meine quest schnell fertig kriege mensch der runde werde ich wahrscheinlich nichts reißen können der ist auch auf vier sterne die runde wird nicht gut für mich ausgehen auch Ah, ne? ein hemlock der ist doch bestimmt auch schon in der 4 ne aber die Waffe ok in dem falschen haben wir es hier achten Okay. So, noch 6 Sekunden. Vielleicht noch was. Schlechte Runde. Entschuldigung. Schlechte Runde. So. Schauen wir mal auf welchem Platz wir waren. Ich denke mal ich war bestimmt 6 da oder 4 da. Naja. Gut. Dann würde ich mal sagen nächste Runde. Und da würde ich jetzt aber wieder gewinnen. Bestimmt. Viel Spaß. Und die letzte Runde geht los. Ich habe keine Chance gegen Level 4. Also ich habe schon eine Chance aber. Das wird schwierig. Okay. Vielleicht ein bisschen näher anfangen sollen zu schießen. Ist nicht der gleich wie vorhin? Aber dann würde ich jetzt hier. Ja, ich glaube die Hände zu schießen. Ja. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt hierher anfangen. Daher habe ich noch nie gesagt. Ich werde einen Koffer. Aber das ist nicht so gut. Oh, wir verstecken. Oh, ist ein. Schnell zurück. Sicherheit. Oh, ich war doch schon so gut. Und ich habe nicht gewonnen. Ich habe nur 5Ks gehabt. Noch wenig. 7. Vierter Platz. So. Ein Kill hätte. Also 2Ks hätte er eigentlich gefüllt. Naja. Egal. Dann würde ich mal sagen, das war es für heute. Ich sage, danke schön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal längst vorbei seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.